Ich will jetzt nicht auf den Erotik... Warum nicht? Erotik? Du hast nicht mehr die Durchschlagskraft. Du bist wie so ein Jäger auf dem Hochsitz. Du hast eine teure Ausrüstung, teures Gewehr, Nussholzhalfter, grünes Gras, die Sonne scheint tief, das junge Reh. Und dann merkst du, Mist, Munition liegt im Auto. Weißt du was ich meine?